Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends, ich bin Aram und in dem heutigen Aram spiele ich Timo. Ja und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim zuschauen und nochmal kurz zurück zum letzten Game. Wir beiden haben die Botlane gerockt da unten und hatten nichts gebracht. 90 CS noch 20 Minuten ist nicht so ne? 900 waren das nicht 90. Nicht immer die Nullen unterschlagen. Wir waren voll toll waren wir. Ja ja, Cream Team sag ich dir. Siehste? Siehste? Sag ich doch. Und das auch noch gegen den fucking Blitzcrank. Mit Asia auf der Botlane ja. Genau. Mit Asia auf der Botlane. Asia Blitzcrank. Das war ein Ranked ne? Oh, sehr schön. Biometer, Alter. Ja und eben die Runde, ey, da haben wir... Unsere Shyvana stand in der dritten Minute schon 0-3. Jetzt musst du aber auch erzählen gegen was wir eben gewonnen haben. Mhm. Ja, gegen Oli Platin und Diamond, ja. Ja. Oli Platin und Diamond im Ranked. Naja, aber man muss schon sagen, dass unser Diamond 3 Nasus Toplane das Game beschnackt hat. Jaja, der war auch hardcore stark. Ja, ich war auch gut dabei, aber... Was? Was, was? Dann war es doch ein anderes Game. Ich hab mit den meisten Schaden gemacht, aber egal. Hab ich nicht gesehen. Ja, aber... Da! Da! Den Mark kann man aber so schön ärgern, ey. Ja. Was ist los? Warum? Ja, du bist... TP wo? Das war kein TP. Das war kein TP. Hab ich... Hab ich... Nee. Alter... Ey, ich hab heute schon genug von Arbeit, ja. Haben sie dich geärgert? Nee, die Maschine hat mich geärgert. Ey, Rahm, dafür sollte ich mir den Lastwirt, ey. Also, ey, böse Maschine. Wer hielt denn da? Na, ich. Oh, Mann. Panickeel. Ich war lowlife. Siehst du noch? Ja! Ah! Ah, und ich renne da. Sie sind natürlich voll rei. Spicey. Nein, 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 nein. So schnell nicht. Au. Ja, das nenn ich sie natürlich. Ich greff die Taten. Ja, natürlich. Oh, hier vorne ist auch was. Oh, hier vorne ist auch was. Wer ist denn, Alter? Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Easy. Kannst du laut sagen. So, der stirbt eh noch. Oder auch nicht. Nein, armes Timo, armes Timo. Armes, armes Timo. Da ist er noch. Da ist er noch. Da ist er noch. Ja, ja, da war noch. Ja, ja, war noch da. Ich dachte, der habt ihr getötet. Schwippe. Ups, ey. Einmal mit Profis hier. Ne, 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 ne. Nimm, ne, ne. Nimm, ne, ne. Ne, 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 ne. Sagt derjenige, der am Anfang flasht. Ja, das Ding ist, ich hätt, das Ding ist, ich hab, das Ding ist, wenn ich Flasht gehabt hätte eben gerade noch, ne, ich hätt ein Double-Kill gemacht. Da hab ich jetzt bereut, dass ich geflasht hab. Ich bin ja mal richtig tief. Oh, was los? Wer ist denn hier alle schon gestorben? Hehehehe. Alle außer der kleine... Oh fuck. Oh fuck. Sagt nix, Leute. Sagt einfach nix. Seid einfach ruhig. Seht aber, genau so war das vorhin auch. Genau so. Ja, genau. Ja, genau. Verwechselt sich, verwechselt sich ja... Du verwechselst mich, klar? Mit wem verwechsel ich mich? Ja, erstmal überlegen, was ich sagen will. Besser ist das. Es ist früh am Morgen. Ja, wir haben es nur über 3 oder so. Ja. Ey, könnt ihr auch mal eurer Schneeber denn mal treffen, Mann. Ich hab ihn so schön gestunt, ey. Mach da nix draus. Ist ein Snare. Was will er denn? Ja? Juhu. Weiß nicht, der war cool. Boah, der Flash. Ist da eben schon wieder einer geflasht? Ja. Der Flash war hielt. Ich fahr von lowlife, ja. Also bitte. Ich glaub, mit euch spiel ich nicht mehr. Ihr seid mir alle zu Banane. Ich spiel doch gar nicht. Ey, wir haben einen, den haben wir mit Abricht Robert Banane getauft. Warum auch immer. In unserer Schulplatte. Ich will ja nicht wissen, auf was für ne Schule du gehst. Aber, aber, ja. Berufsschule. Katholisch. Kloster Schule. Catelyn darf nicht sterben. Warum nicht? Dann weiß ich die ganze Zeit was falsch an. Nein! Alter, er sagt Catelyn darf nicht sterben, aber flasht hinterher wie großer, ey. Was ist denn hier los? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich Pilze hab. Au. Oh, ich will jetzt Ulti haben. Ich will Ulti haben. Ich will Ulti haben. Ich will Ulti haben. Geht doch. Meins. Meins. Jetzt gleicht da den Piltwennig, sieht es ein bisschen wieder aus. Hehehe. Ja. Erst das hier wegnehmen, und dann nicht sterben. Natürlich. Ja gut, okay, ich bin Twisted Speed, das ist schon okay. Boah. Da darf man auch mal sterben. Er hat auch kein Splash out. Viele, viele schöne Pilze. Gleich rumst es ganz laut. Da hat's gerumst. Au. Ich mach noch zu wenig Aua. Hehehe. Da hat's schon wieder gerumst. Ähm. Buddy? Hi. Halle. Oh. Oh. Alles klar. Ich hole mal ein Heel. Oh. Komm schon, dann sterben. Er stirbt halt echt auch. Wo ist denn hier ein Heel? Ähm, ich weiß nicht. Ich hab keinen gesehen. Wo du ein Heel haben? Ich hab nichts gesehen. Er ist Timo. Er wurde gleich. Ich hab nen Schnellball getroffen. Nein! Wir Ulti haben, wieder. Ja, so 5 Sekunden Cool Launch. Das wäre geil. Die 4 Schuss weg, einfach wieder ulten. Ja man, das wäre geil, das hätte ich. Varus töten, er hat sich angegriffen. Mit Ult? Wirklich? Äh, äh. Boah, cool, ne? Waren die schon alle so Banane im Rank? Ja, ja. Also wenn ich nicht gecarried hätte, du... Alter, ich sag's ja. Nimmst erst den Varus voll Müll. Meiner. Aber ich glaub ich sollte mal aufhören nachher nehmen, die beiden das ernst. Weißt du was? Ne, alles gut. Alles cool. Alles cool. Ne, Tobi hat ja gar nicht mitgemacht. Ne, ne, aber... Ich weiß was ich mein. Tobi ist ja an sich gut. Das kommt klar. Oh, ich fang die Teile, alter. Oh, danke. Kein Thema. Alles cool. Immer viel, immer gut. Oh, jetzt gibt's auch die Schnauzer. Ich geh nach Hause. Ich denkst hier so. Ah. Ah, da ist ja noch einer. Gut, da war noch einer. Ja. Meins. Drei, zwei, eins, seins. Drin ist so geil im Aram. 4.000 Gold. Hätt's dich doch hinrichten lassen können. Oder? Ne, du hast Schaden genommen, ne? Du hast es, du hast es, äh... Ne, du hast es blockiert. Die sind gerade alle wiedergekommen. Ach so, naja. Scheiß Timing. Ich hab' den unterdach! Ach! Rennt durch meine Pilze. Alle durch die Pilze. Mal, wo wir zusammen gespielt haben, wo wir zusammen gespielt haben, wo ich schon ein Gin im Aram. Weil wenn ja, und ich vermöcht' ich's Ding gerne haben. Weil Twisted Feed ist zwar schon ganz lustig, weil einfach nur die ganze Zeit den hier zu machen, aber... ... ist halt... ...Twisted Feed. Aber haben sie das zufällig wieder ein bisschen runter gesetzt? Wie weit Timo seine Pilze werfen kann? Ich glaub' nicht. Wir konnten irgendwie so vor. Timo ist noch kleiner geworden, äh, größer geworden. Vielleicht liegt's daran. Ne, das kann sein. A blocken! A blocken! A blocken! Was ist wirklich von Flashen der in meinem vierten Auto hilt, alter? Plötzlich greif ich Minion an, ey. Ähm... ja? Komm! Der nächste auch noch! Ja! Nice! Ich hab 4400 Gold. Beweis es. Beweis es. Was weiß ich? Was beweis ich? Nein, beweis es, dass du 4400 Gold hast. Hey! Soll ich jetzt noch mal alles verkaufen? Nein, du kannst einfach nicht raus. Hier! Da! Da! Das sind aber die 4400 Gold. On my way! Au! Was au? Oh, da ist das deine Amumu. Ich hab Aua abgekriegt. Hab dich gehealt. Ja, megamäßig. War schon geil. Bin wieder da. Nein! Das ist prima. Warum flaschen raus? Weil ich sonst gestoppt wäre. Ich. Behaupt nicht. Wir lieben das Leben, die Liebe und den Suff. Ach so. Ja, jetzt hören wir wieder auf. Reicht. Was reicht? Schon gut, Marc. Schon gut. Ey! Insider, nicht für Outsider. Nein, wenn du älter bist. Du wohnst doch zuhause? Ich bin nicht nur älter, ich bin auch stärker. Nein, ich meine nicht. Wir reden mit dir! Stärker, das müssen wir erstmal sehen. Ah, da müssen wir nicht sehen. Du bist ein Zocker. Ja. Ach ja, scheiße. Doof gelaufen, ne? Ja, das ist doof gelaufen, ja. Du bist ein Zocker. Du bist ein Zocker. Du bist ein Zocker. Du bist ein Zocker. Blondine beim Marathonlauf. Oh, da wäre ich fast im Nacka reingelaufen. Ich hab kein Mana mehr. Du bist ein Zocker. Du bist ein Zocker. Du bist ein Zocker. Ja, ich weiß. Man bedankt sich auch mal. Sie hat uns getötet. Mit spurer Absicht. Jetzt bräuchte ich Ulti. Genau, jetzt bräuchte ich Ulti. Pfff. Ah, ich bin! Ja, wir helfen dir doch. Ja, ich bin gestorben. Wo habt ihr mir denn geholfen? Ja, wir haben es... Wir haben uns zugeguckt. Wir haben uns so getan, als ob wir es versuchen. Dann zeig es raus. Verena, du bist meine Supporterin. Du musst mich geschützen. Genau, tschüss. Au, au, au. Minion Block. Ich hab mich erst in Ausrede einfallen lassen. Mal, ich bin... I am back und ich hab Ulti ab, yo. Mal, ich glaube immer rein. Und ich hol mir jetzt erstmal so ein bisschen Heal hier. Ja, die Ulti war unnötig. Halte ich für eine voll tolle Idee. Oh, was macht er denn? Das ist eine Sie, immer noch. Entschuldigung. Wobei bei Amumu weiß man das nicht. Er steht nur in der Geschichte, wenn es eingesperrt wurde als Kind. Also... Eingerollt wurde. Wie auch immer. Was? Eingedrollt? Eingedrollt und dann ab in Schab. Ja, und dann vergesst. Genau wie ein Outilist. Ja, das passiert. Bist du hier Poros bitte? Weiß ich nicht. Boah, genau zwischendurch. Super Schuss. Ich war leise. So ungefähr wie deine Ulti vorhin mit... Mit wen hast du da gespielt? Ah ja, Ash. Genau, Ash Ulti. War gut, oder? Ja, die war... Die war ein Hammer-OP, ey. Mein letzter Ulti war Spielenscheid, ja. Also... Habe ich selten gesehen, so gute... Äh... Mein letzter Ash Ulti war Spielenscheid. Jaja, war... war top. Hä? Ja, halt's Maul. Hehehehe. Das heißt, halt den Mund. Hast du schon wieder vergessen? Hä? Wohlen hast du ihm gesagt, halt's Maul. Ach ja, stimmt. Kann scheiden? Ja, da war's umgekehrt, ne? Ja. Ich hab' den Nautilus festgehalten. Der Safe-Kill... Warte mal. Fuck. Wir wollen alle Bewusstseidigkeiten Assists bekommen. Darfst du auch nicht, weil du dir keinen Assist verdient hast. Ich will mal ein paar Kills. Ich krieg ja mal ein paar Assist. Ich hab' nur zehn Stück. Wie du denkst, schön bist du hier falsch. nur Ja, 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 Versus Silence... Versus Silence, hier, meine Heilung. Danke. Das war, Lars, einfach nur ne Queue rein, damit der ist... Also... Ich mach schon die ganze Zeit mit einem... Also hier die Queues zählen. Ja... Also, willst du mit TF im Aram sonst doch was machen? Ja, play! Oh, nein! Er flasht von der Gagel Ulti weg! Ich, ne, ich wollt hinter die Gym flashen. Das geht, out of range? ist sicher dass das nicht geht hat keiner gesehen doch keiner gesehen nein 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 das hat keiner gesehen warum kriege ich hier keine gott verdammten kills das kannst du so nicht sagen ich gehe ab ich wollte nur in die pilze reinlocken waren da keine pilze scheiße ja du bist kein guter Timo du bist einfach kein main das stimmt ich würde mich auch schämen wenn ich Timo main wäre ab in die ecke ich habe letztes mal ich habe meinen account gesehen mit zwei millionen punkte auf Timo allgemein alle Leute die die League of Legends richtig suchen haben keine andere Hobbys ach deswegen stecke ich immer noch in Gold und deswegen hast du keine Freunde das ging jetzt unter den Kürzeln das ging jetzt unter den Kürzeln das ging jetzt unter den Kürzeln woher fang ich das denn ab wie du gehst ach scheinbar scheinbar ich weiß ich weiß ganz süß auch ja ja vier Kills erst ich mach Ramm vier Kills erst was geht denn bei dir eigentlich Aua 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 Ouh Doppelkehrer Wuh Aua 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 A Los, ich hab noch einen Turbon. Ja. Rufergaser oder was. So. On my way. Ich rette euch. Ich auch, aber ich bin am Weglaufen. Ich bin am geklappert. Ja. Ah, was hab ich denn hier gemacht? Nein. Ach man. Ich bin wieder da. So was mit einem Missclick. Ach, du warst weg. Das ist verletzend. Entschuldigung. Aber ich dachte, wir gehen jetzt ein bisschen alle unter die Gürtellinie. Was? Er tötet mich. Er tötet mich. Sie tötet mich eiskalt, ey. Loll. Anzeige ist raus, Mann. Kann da mal raus bleiben. Kein Wunder, dass die Movie hier keine Freunde hat, ey. Und am Weinen ist. Ich lach. Ich lach mir, dass ich fast an die Weine messer. Oh, Kram, hör mal auf, sich zu zu. Äh, was denn? Hör mal auf, sich die Kehl zu klauen, Mann. Also holst du mich noch einen. Nö. Das will ich nicht. Das mach ich nur wegen deinem dummen Spruch. Puh. Ja. Hätt ich dir alle gelassen. Na, nein, ja. Ja, aber wie? Wie so ein Mädchen. So, das war jetzt auch mein Diss gegen Frauen. Was hältst du dir davon? Ah, hier, es geht ab. Ich hab dir schon ein Blombes mitgebracht. Einmal aufgekessen. Einmal amumu to go, Plinze. Es gibt dann. Tötet ihn. Nein. Haben wir nicht gerade über KS gewählt? Au. Mach ich den hier. Ich will hier raus. Boah. Ich hab 20 Assists. Das kann nicht so wahr sein. Ach, haben wir alle. Los, töte den. Oh, er stört. Alles klar. Boah, 3er Kill. Ja, die Brandloot hier hat reingehauen, ey. Die hat richtig reingehauen. Kein Penta-Anfänger. Du bist doch der einzige Adela, ne? Du bist der einzige Adela? Den. Echt? Ja. Bei uns. Ja. Aber der Brandloot ist schon lange tot, ne? Warum bin ich der einzige Adela jetzt? Tja. Ihr müsst mal mitdenken. Ihr müsst einfach, obwohl ich AP Champion spielt, einfach... Ihr müsst eure Pigs besser wählen im ARA. Nein, ihr müsst einfach Adela bauen. Einfach Adela bauen. Wir müssen das gerade nicht machen. Ich will jetzt ein TF Adela wählen. Warum ist im ARA schon noch sinnvoll? LOL! Der hat mich gefressen! Einmal Timo to go, please. Die Saudi-Damische. Ich bin gleich da, yo! Der hat mich einfach weggemampft. Ich will euch schon, gerade drinnen kommst nicht. Meins. Klaus mir bestimmt nicht, alter. Njam, 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 hat er gemacht. Ja, immer ein Timo to go. Njam, 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 njam. Was wäre er denn hier, alter? Was wäre er denn hier? Ey, mal weg von mir, alter. Oh, jetzt ist er greedy. Er ist greedy. Was wäre? Gin oder Nautilus? Nee, der dicke Nautilus. Mit 5, 10, ja? Boah, du bringst mir nur ne Kuh hin. Ich habe in 30 Sekunden Ult. Dann werdet ihr bitte alle sterben. Juhu! Ach man, ich will diese scheiß Pfeile nicht mehr erfangen. Geh, ne. So. Wenn er mich jetzt noch drüben hat. Guter. Ey, 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 komm nicht raus. Ha, ha. Ach man! Ich hab doch endlich 30 Sekunden Ult. Kinder! Geh mal weg von mir! Ah, das sah gut aus. Hier, Twisted, hol dir mal schnell die Heilung, Kier. Geh doch mal weg von mir, wenn du den scheiß Blatt passierbar auf hier hast. Ne, ne, ich hab das Kind, dann hab ich wenigstens nie gekillt. Vielleicht wartet sie drauf und hast sie wieder gegeben. Waren. Mit Kinnflash. Ey, du hast mich ja noch zweitem Mal schon getötet. Houston, we got a problem. Ich glaub unsere Synergy ist doch nicht so gut, wenn du mich zweimal tötest. Verdammt, die haben sich jetzt das Elixier geholt, jetzt können sie meine Pilze sehen. Das find ich voll nicht in Ordnung. Nein! Leute, ich muss mal 400 Gold, ne, doch, 400 Gold in der Base wagen. 400 Gold, willst du mich verarschen? Nein. Wie man sieht das da ab. Wow. Wow, das schläft den Damage. Ähm. Okay. Ah, Mumu ist da vorne, ja, ich komme. Mumu tötet dich. Hab ich's gesagt? Okay. Okay. Äh, der, 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 boah, ja, hier jetzt auch noch, hier, Kate ult, alt, man kann's auch untertreiben, ey. Der Stuhl, der bleibt da aufstehen. Da hättest du eher den vierten Schiss auf Jinn gemacht, äh, auf hier Varus gemacht, wäre Varus gestorben. Da müssen die mich verarschen, Mann. Bin übel greedy, Alter. Naja, die machen uns ja auch gerade übelst platt, ne. Damit ihr alle feedet. Oh mein Gott, er failed die Q. Er failed die Q, ey. Oh. Ja, das, das, wenn du das Death High of Touch gabst, hättest du ja so tippet hier gemacht. Ja. Ja. Das stimmt, da hat sie nicht unrecht. Hat sie gesagt? Ja. Alles klar. Er bezeichnet ja Mumu auch immer als Mann. Ne, das war ich nicht, das war Werdenwas. Glaube ich nicht. Nein, der hat hier... Oh, oh, der Glück, Alter, 10 AP. Oh, da kommt wieder einer. Wart jetzt, bis ich über 412... Ich muss über 412 Leben haben, dann überlebe ich das. Also, Max-Range, Q von Varus will hitz, glaube ich. Oh, komm. Ja, ja, ich rette dich ja. Nein. Sterbe selber dabei. So ein Scheiß, ich rette dich nie wieder. Du hast die Ulti von Nautilus auf dir und kommst zu mir, genau. Da musst du dich wegschlagen. Ich hätte jetzt die Luft flaschen können. Ey, ich wollte ja extra dazwischen gehen, damit die Catelyn dich nicht trifft, aber... Aber... Ich hab die Lungen jetzt abgefuckt. Ich werde nur nicht... Dankeschön. Dankeschön. Jawoll, das sind die Plays, die was er ihnen wollen. Hättest du sie das mal alleine machen lassen? Ich hab's ja lassen, dass du immer stirbst und dann sie den Kinn bekommt. Ja, oder sie tötet mich einfach. Mit was? Ich fühle mich überhaupt nicht. Wohin? Du redest scheiße. Genau. Lass mal die arme Frau in Ruhe hier. Arme Frau? Ja, ja. Das ist keine arme Frau, glaub mir. Die hat mich schon zweimal getötet. Das ist richtig so. Ich könnte, würde ich das auch machen. Ey, mich habt ihr zweimal gerettet. Ich bin eine ausgleichende Gerechtigkeit für alle. Ey. Lass. Nein. Ach. Vielleicht da, eure Rettung ist vielleicht da. Ich bin vielleicht da. Wuhu. Ja, meine vielleicht seine nicht mehr. Ah. Das ist echt der Nautilus extra für mich. Ja, ist nur noch ein. Wenn der schon Amumu und Timon ist, kann er auch Pilze essen, oder was? Ja. Das ist jetzt vegan, Schoko hat ein neuer Skin. Oh, Alter. Ich glaube, du bist tot. Ach, echt? Ja. Das ist ja echt aufgefallen. Das Game ist jetzt verloren, ne? Das ist alles nur im Amumu. Ja, das sieht schon sehr danach aus. Alles ist für die Familie. Ja. 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 Ey, warum muss das letzte Game heute so ein langes Aram sein? Ich hatte vorhin schon 45 Minuten Aram. Ich glaube, das Game geht ja auch noch so lange. Ich hatte schon mal eins, das ging für 1 Stunde 7 Minuten. Doch, hab ich sogar hochgeladen. Das weiß ich nicht, ein Cardus Game? Das weiß ich nicht mehr. Ach komm, was weißt du eigentlich? Ich hatte auch schon mal mit Alistar 64 Assists in Aram. Ey. Lede. Wieso konnte niemand mit dabei? Wir wussten ja nicht, wo du hin willst. Es ist mir egal. Easy! Endlich bereite ich mir was vor und ihr macht was draus. Haben wir das toll gemacht? Ich bin auf jeden. Boah. Ich muss uns auch mal ein bisschen loben. Echt? Ritter, warum nicht gleich so Leute? Warum nicht gleich so? Was? Nein! Doch! Hattest du mich falsch verstanden? Gehen wir die anderen, ne? Ja. Denkst du sonst? Ja. Ja. Letzte Tats. Ja. Boah, guck mal. Nein! Der Shogart hat keinen Flash mehr bei der Welt. Ah! Ha! Haut ab! Sie hat auch keinen Flash mehr. Sie hat auch keinen Flash mehr. Sie hat auch keinen Flash mehr, ne. So, ich mach jetzt einfach Ex-Pecke. Ah, 24, 12, 21. Sind das nicht immer geiles Stats? Friss mich nicht. Ich hab Frau und Kinder. Friss die! Seit wann hast du Frauen und Kinder? Oh, er ist wieder zu blöde. Äh, Entschuldigung. Sie wollte ich sagen. Ja, ja. Was dem? Seit wann hast du Frauen und Kinder? Ja, meine Frau bist du doch. Ist das auf jeden Fall von Namu oder was? Alles klar. Aber, er wird mich nicht mehr aufholen. Wie ist er aber auch wieder versucht, dich zu töten, ne? Sie rennt hier einst keine daher, während sie diesen scheiß Pass eben noch einen Friend da hat. Die beiden tun es. Ich bin gleich da, jo. Komm, lauf. Oh fuck. Ich bin da, jo. Nein. Sie willst aber wissen. Ich bin doch eh gleich um. Bitte. So Mark, was heißt um? Out of Combat. Heißt du, Mark? Bitte? Ach, ne. Vor allem, ne, schon gut. Guck mal, da ist ein Heer, da kriegst du auch Mana wieder. Brauch sie nicht. Sie ist Maschine. Brauch das nicht. Wir wollen den Laser sehen, wir wollen den Laser sehen. Wir wollen den Laser sehen. Einmal schon über... Ey. Einmal schon... Okay, jetzt bin ich voll... Jetzt bin ich komplett voll mit... Auch mit Trunk jetzt. Ich hab schon 140 Kills gefallen in diesem Scheiß-Ara. Aber vor allem genau runter. Ja. Nein, wie lange ich gerade gebraucht habe, um das auszurechnen. Ja, es ist schon spät. Nein, es ist früh am Morgen. Wenn dein Mathelehrer genauso toll war, wie dein Englischlehrer, also... Ey. Was denn? Du hast angefangen. Alles gut. Meine Frage ist, soll ich mich jetzt nur eigentlich weg an der Kippen rein zu spüren? Oder... Ja, mach mal. Wir sehen, wie du stirbst. Ja, nein. Ich kann rein spüren, das wird gar nichts. Ich laufe einfach hier weiter, ja? Ich mache. So, jetzt hat er mich gefällt. Ey, ich wollte schon sagen, verreckst du mal? Das geht ja gar nicht. Hä? Hä? Leu, ey, ey, leu. Wo ist die Graft? Ey, ey, ey. Hör, die geben doch gar nicht auf. Was ist denn hier los? Naja, egal. Hauptsache, euch hat das Game ein wenig gefallen. Und wenn ja, schaut mal wieder rein. In diesem Sinne, bis bald. Euer Aram.